Am 26. November wird die erste Bürgerbefragung zum S-Link in der Stadt Salzburg stattfinden. Während die Planungen des Großprojekts rasant fortschreiten, kommt diese Befragung angesichts der Gemeinderatswahl im März kommenden Jahres zu einem politisch brisanten Zeitpunkt. Die Instrumentalisierung des S-Link, jetzt im So-Wochen-Kommentar. So, dein Wochen-Kommentar für Salzburg. Heute mit Lutz Junghans. Soll für das Bahnprojekt S-Link ein unterirdischer Tunnel vom Hauptbahnhof zum Mirabellplatz und unter der Salzach hindurch bis in den Süden der Stadt gebaut werden? Ja oder nein? So lautet die Fragestellung, mit der zunächst die Salzburger Stadtbevölkerung am 26. November zum Bahngroßprojekt S-Link befragt wird. Die Fragestellung suggeriert bereits, der S-Link soll kommen. Aber soll er in der derzeit präferierten unterirdischen Variante mit geschätzten Kosten von rund drei Milliarden Euro getragen von Stadt, Land und Bund realisiert werden? Darüber wird in der Stadt- und Landespolitik gestritten. Nach Jahrzehnten des verkehrspolitischen Stillstands, der dem O-Bus immer mehr den finanziellen Boden unter den Rädern wegzog und die gegenwärtig desolate Verkehrssituation im Salzburger Zentralraum widerspiegelt, positioniert sich die ÖVP derzeit wieder äußerst ambitioniert. Bis 2027 soll der Nahverkehr umgekrempelt werden. Der S-Link ist dabei fix eingeplant. Damit lieferte die ÖVP formal das geforderte Gesamtkonzept ab. Auch beim O-Bus soll der Zehn-Minuten-Takt endlich zurückkehren. Allerdings erst mal nur auf drei Linien und nicht vor Ende des nächsten Jahres. Und was dafür in der Personalfrage passiert? Naja, da übt man sich in Zuversicht. Während parteiübergreifend Einigkeit darüber besteht, dass am Ausbau des öffentlichen Verkehrs in der Landeshauptstadt und dem Umland kein Weg vorbeiführt, spricht sich die SPÖ als einzige Partei gegen das Projekt aus. Sie hatte ursprünglich den S-Link befürwortet, inzwischen aber bei der Landtagswahl ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren. Bei zu geringem Nutzen schaufle man sich mit dem Projekt ein Milliardengrab, das Investitionen in anderen Bereichen gefährde. So die Meinung der SozialdemokratInnen. Nachdem Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll von der ÖVP mittlerweile eine landesweite Befragung zum S-Link für das kommende Jahr angekündigt hat, stellt sich die Frage, was das anstehende Referendum in drei Wochen genau bringen soll. Die ÖVP versucht ein Nein zu verhindern, während die SPÖ nach ihrer 180-Grad-Wende genau darauf hofft. Die Befragung in der Stadt scheint eher zu einem Stimmungsbarometer zu werden, das die Parteien nutzen wollen, um ihre Position im Hinblick auf die Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen zu stärken. Die eigentlichen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger treten dabei in den Hintergrund. Die Bürgerbefragung sollte als Chance für eine transparente und demokratische Entscheidungsfindung genutzt werden, um eine Verkehrslösung für Salzburg zu gestalten, die der Zeit und den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht. Dazu ist es jedoch notwendig, dass die politischen Parteien ihre Parteiinteressen zurückstellen und das Befragungsergebnis vom 26. November für eine gemeinsame Verkehrslösung respektiert wird. Spätestens die für 2024 in Aussicht gestellte landesweite Befragung sollte dann bindend für die Verkehrspolitik sein und nicht parteitaktischen Spielchen dienen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die 없는人, die freiwillig sind und nicht parteitätig sind. Die für funk, 2018 Die letzteЭmpfe